hallo und willkommen zu einer neuen folge rocket lead und da das eine match da jetzt nicht richtig funktioniert hat also dass ich aufgenommen habe habe ich mir gedacht warum nicht gucken wir es uns einfach mal an denke ich dachte ich mal so warum nicht okay nochmal von ganz vorne so die bin ich dann hier hingegangen das erste tor hat ein eigenes tor gemacht was irgendwie witzig war fand ich da sind wir bei reingegangen und ja bin ich dann am ende aufgegangen noch und da hat er was gemacht wo ich ihm halt ein tor gemacht hätte also hätte konnte so da habe ich den gut befreit und bin weitergegangen und hätte ein tour machen können aber dann ist die mit direkt mit dem blitz ja eben halt rausgekommen da habe ich ihn echt knapp rettet also wirklich schnapp und da hat er mich weggeschoben ich hätte auch vermagten und dann kann eben halt der andere und dann sind wir eben halt wieder irgendwie zusammengetrasht zwischen der ballkamera und so da habe ich gewartet dann hat der geschossen und der 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 aaaah da dachte ich ihm halt aaaah äh tor sein können aber nein da haben wir weiter getroffen ich habe meinen kollege immer der mein team hatte und da war das 1 zu 1 sooo da haben wir eigentlich ganz gut ja zusammengearbeitet fand ich eben halt und da hat der teammate ja einen fehler gemacht er ist rückwärts gefahren und dann habe ich eben halt ein tor gemacht so und dann hat er eben halt geschickt er hat den und dann war ich eben halt hinten und er hat mich geschuckt und da hat sein eigener teammate das uhr verhindert und da hat sein eigener teammate das uhr verhindert ich hätte er einfach mal rollen lassen er wollte ja ein tor haben was er ihm halt jetzt verkackt hat und dann sind wir dann ihm halt weitergerollt und da habe ich ihm halt auch echt knapp noch das tor gerettet in letzter sekunde das ist grad schon also ich finde so 2 gegen 2 eben halt geiler wenn das wirklich so ausgeglichen ist ne also ich hatte mir Glück dass die so dumm waren und da war eben halt mein zweites tor Fehler ist eine muss theoretisch hinbleiben da bin ich hochgekommen naja war immer keine gute Idee aber da habe ich ihn gut gekontert und abgeblockt mhm da auch also manchmal ich unterschätze ihm halt Fluggeschwindigkeit oder Schnelligkeit mit dem boost ja war das 3 zu 2 für uns also die haben 2 Tore jetzt da hatte ich zu ersten Ballkontakt und da hatte ich mal kein boost aber dann habe ich trotzdem das dritte Tore gemacht das ist ein Tor das sind ja eh über Banner und so Banner ein Ball über die Banner der eine kommt ja voll zu Bop und der Ball ist im Tor super ganz einfache Sache finde ich und da da hatte ich ihm halt aufs Tor geschossen hab ihm halt ein bisschen zu spät naja dass mir einen Sprüngen kann ich noch nicht so super gut aber geht da war das dritte der Horf ob die jetzt noch ein vierte schießen werden wir jetzt in den nächsten 19 Sekunden sehen 5 4 3 3 da haben sie doch ihr vierte Tore in den letzten 3 Sekunden geschlossen da kommt sie in Verlängerung wer gewinnt gewinnen wir oder gewinnen die Gegner gewinnen wir oder gewinnen die Gegner bei Tore guck wie sieht irgendwie aus für uns natürlich gewinnt mein Team schon wieder zum zweiten mal wenn der ist auf die Aufnahme dort wieder zu Ende ja dann würde ich sagen machen selber noch mal 1 wir haben hier einen neuen modus der nennt sich drop shot und da musst du die kugel auf das andere feld bringen und das eben halt zweimal die bodenplatte berühren dann fällt sie raus und dann wenn der kann der ball da rein das ist das tor wenn du den ball zweimal berührst selber dann kann eben halt keine platte von dir aber macht doch bitte einen schaden bei dem geht ihr und die ganze Zeit macht er Schaden uuuuund gut Schaden gemacht nice ja,nice Ah, nice! Oh, ganz knapp! Ups Nein, haben sie ein Tor jetzt gemacht Ist immer ne eigentlich ne geile Sache so Finde ich mal gut Ich hab's jetzt auch noch nicht mal verstanden Ist immer nicht verstanden so Oh oh Mann, die kleinen Ficker, alter Nice Ey Du nu Ah, danke Boah, ganz knappe Sache, Digga Und wir haben ein Tor Wuuui Krieg mein Na, da hatte ich ihn Ja, ja, ja Ich wollte krass fragen, ich krieg mal Punkte für Kiefer Gibt noch eine Map hiervon, ne Gibt da hinten hier eine Ja Ja, nice Nein, Mann Nein, Mann Schön aufm Boden Boah, mega Schaden Nein Nein Ich hab mega Schaden Genau So Ja Nein Stim Ja, das war ja einfach Ja, ganz einfach so Ganz langsam Ups, Salah Nice War mega Schaden, Digga Nein Machen wir hier Danke Ja, nice, mach mega Schaden Ja, geil Nein Warum hast du ihn einfach nicht gelassen? Warum hast du ihn nicht einfach gelassen? Warum? Warum? Ja, nice Nein, du hast ihn eh nicht Nice, Alter Bitte Lass ihn einfach Nice Ey, verpiss dich, du Nutte Ey, sorry, wir ihn nicht ausdrücken, aber Sorry Wir müssen ihn einfach mal lassen Lass den Ball bitte einfach mal in Ruhe Wenn er schon irgendwo hinkommt Lass den Ball doch in Ruhe Ihr werdet durchgegangen, du Nutte Nein Wir Ja Nein Hacker Ja, spielen da rein Danke Eww Zauberwögen den ausdrücken Ganz ehrlich Ich mag diese Ausdrucke Selber Aber danke Ah Hey Easy Hey DATA WE PLAY MISMIRONNAUMINEMA Youtube Youtube Fold 2 Das war nice Einen sehen wir uns bei einer neuen Folge Ich wollte gerade Rainbow Six Siege sagen Rocket Siege